Meine lieben Freunde, ich glaube, ich bin glücklicher als ihr, dass ich hier mal wieder stehen darf. Aber bei so einem Empfang, dann weiß ich, dass sich das gelohnt hat. Also, ich will euch mal kurz eine kleine Programmvorschau geben, obwohl, verlasst euch da nicht drauf. Ich spiele jetzt erstmal so eine halbe Stunde und dann kommt Lisa. Und wie es dann weitergeht, das machen wir alle beide zusammen, das Publikum und wir. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Vielen Dank. 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 Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Leute, ich wollte eigentlich gar nicht aufhören, ich wollte nur leiser werden, aber wenn ihr so applaudiert, dann höre ich natürlich erstmal auf und genieße euren Beifall. Aber jetzt mache ich erstmal gleich weiter, bevor wir hier aus der Stimmung kommen. Viel Spaß zusammen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jesus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte mal, ich wollte euch jetzt mal was fragen. Ihr könnt euch jetzt was wünschen, weil wir spielen ja für euch. Wollt ihr jetzt ein Stück sequenzermäßig oder wollt ihr noch eine Vortretung von Lisa und mir haben? Ja, beides geht nicht auf einmal. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Ich versuche jetzt erstmal so ein Sequenzerstück zu machen und ihr wisst, wir müssen hier um ein Uhr aufhören. Ich mache es nicht so lang deshalb und dann versuchen wir mal, vielleicht mache ich da noch was mit Lisa. Dann habt ihr beides. Okay. Applaus Ich kann nicht verbrennen. Ich kann nicht verbrennen. Ich match, ich habe es nicht so lang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kino na soru, kas vi amat kusus Das Schuss, das Schuss, das Schuss. Das Schuss, das Schuss, das Schuss. Das Schuss, das Schuss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020